dieses sandstorm was ist das habe ich davon gehört war das war das dieses ach das war dieses hardcore dings punkt was du mir gesagt hast hardcore porno shooter pvp dings da hey wie sagt moin was geht na ich weiß nicht ich hoffe niemand weil ich schätze jedem wird die zunge wehtun wenn man von dir spricht so da sind katakomben ich würde gern die karte loten die karte wäre nicht schlecht die ist ganz da oben erst das ist eine katastrophe die karte ist ja weit weg von dem ganzen scheiß hier das ist aber nicht nett du spielst alleine gegen bots deswegen die meisten kills hat oder denkst denke ich mir das denke ich mir ich habe einfach im nichts markiert oder was ich meine wenn du alleine spielst du kannst ja klar dass du die meisten kills hast also ich meine ich muss dir mal jemand erklären wie das funktioniert so wie heute so wie gestern nicht gestern ich hab's aber heute gesehen in den gamestar news wenn man das und das wegdenken würde dann wäre das platz eins was zum fick ist das für eine theorie also wenn man call of duty und fifa wegdenken würde würde wäre wäre elton elton ring da und da platz eins ja wenn man platz zwei und platz eins und zwei wegdenken natürlich ist man an platz eins also scheiße ich dachte das kann ich ach ich wollte mir das gift ding hier holen eigentlich ne noch mehr mages oh da ist ein boss ding da ist ein boss eine boss tür da ist wieder so eine ekelhafte boss tür ich muss immer noch pinkeln ja man hätte es jetzt sagt mir das ist gleich leer ich weiß nicht wie lange es hält na dann nächster boss anscheinend ach so erstmal die katakom überstehen ok na dann doch nicht da ja wenn du spätselt dann hast hier Pimli wäschte ich hätte da gar keine lust drauf was ist mit dir hinter mir auch noch ein so was haben wir denn hier schönes ist jetzt schon die ding da oder was so ist denn hier so eine da wieso kann ich denn nicht finishen oh gott dodge 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 doch na klar dodge hat nie wieder voll vorbei weil ich anvisiert war tsssss die kamera ey also die kamera manchmal ganz wild manche mit der kamera sag ich ihnen euch und euch allen und und was mäßig ja wizard was treibst denn was geht denn heute was geht überhaupt bei euch schönes wetter glaube ich ist heute könnt ihr alle raus gehen und Spätzle haben ach so ich habe vergessen das zweites erstmal habe ich es gehört schön raus in die frische luft also die cam ne also die cam ne da hat der andere mich gesehen ja da mir ja Entschuldigung jetzt wäre wild wenn er mich nicht gesehen hätte ich könnte jetzt schon alle ein bisschen spazieren gehen in die luft gehen schon raus gehen ist doch toll am samstag why not wieso wir sitzen die nicht an wieso wir sitzen die nicht an weißt du weil ich hier im kreis gelaufen bin nicht der blue im kreis laufen main vorsicht rechts voraus ah da danke und links nicht oder was links nicht oder was und der tern ist wieder weg da ist ein sense man das haben wir gesehen das haben wir gesehen joo schreck mich halt da sind da ist auf jeden fall was und da schlafen andere ich mache hier licht nachher wenn ich zurück laufen will dann laufe ich in die rein safe gleich 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 da 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 gleich da oben da 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 Warte ich muss das kurz... Sekunde ich mach kurz Pause hier. Ich muss die Aufnahme wieder anmachen. Ich wollte eigentlich hier... Ich bin eigentlich hier dahin und wollte langsam gehen. Wo ist denn der andere hergekommen, oder? Wo ist denn der hergekommen? Normalerweise dürfte ich ja gar nicht aufmachen, siehste? Ich muss erstmal... Ich glaube ich muss erstmal durch den Hof, wo die Statue ist. Und da ist ein Schalter. Musst du nur ein bisschen rumgehen hier und suchen. So. Ah, schön Thorsten, dass du geschrieben hast, was du machst. Das freut mich. Die anderen verheimlichen uns das. Das ist schon frech, oder? Einfach verheimlichen tun die uns das. Als ob ich jetzt da runterspringen würde. Echt jetzt? Und da in den Tunnel rein? Hier war doch die Ratte auf der Seite. Hi. Ja, kannst du dann Bescheid sagen, falls du irgendwas... Irgendwas... ...gutes, neues, neues weißt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt wieder zurück hätte müssen. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder zurück hätte müssen. Maguck, Maguck, Maguck. Oh Gott, ich hätte die gar nicht machen brauchen. Ich glaube ich muss echt da runter gehen. Ich muss glaube ich echt da runter gehen. Kein Geheimgang voraus, oder? So, da unten habe ich das gesehen. Und das und das. Es sind aber nur ein paar hier. Hab Angst. Flug? Schau. Fockstingste Asche. Okay, da ist der Schalter. Ich kann ihn nur ziehen, wenn ich oben bin. Jo. Bostür hat sich geöffnet. Bostür hat sich geöffnet. Redekopf. Entschuldigung. Also. Noch so ein Redekopf. Ich hab schon einen. Sieht aus wie so eine Schweinsnase, oder? Einfach Schweinsnase hier. Jo. Jetzt hat dann, ist dann die Bostür offen. Schon wieder ein Boss. Aber ich hab nicht immer alle Heiltränke. Ich hab nur noch vier. Jo. Okay. Na dann. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hallo? Zwei schon wieder. Das kannst du dir nicht vorstellen. Jo. Aua. Weg. Help. Schon wieder zwei. Das ist jetzt modern, ne? Ich mein, wir haben den schon mal besiegt. Der war schon in dem einen Schloss. Jetzt ist modern. Das ist das zweite Mal, dass wir gegen zwei Bosse kämpfen müssen jetzt. Jetzt haben sie die Bosse nochmal genommen, die wir schon hatten. Lassen sie hier zusammen antreten. Jo. Geil. Na gucken wir mal. Ob wir da Bock drauf haben. Habe ich Schilder hier? Okay. Gibt es da eine Abkürzung dahin? Oder muss ich jetzt jedes Mal zu den Viechern jängen? Es sind hier eh zwei. Ich mein, es sind zwei Stück und... Es sind zwei Bosse und ich will doch jetzt nicht jedes Mal den Weg durchkämpfen hier, oder? Wahrscheinlich muss man das. Wahrscheinlich muss man das. Ich wusste doch, dass er da ist, aber... Ich hab doch jetzt nicht schon Bock vor dem... Vor dem Boss nochmal wieder... Das ist... Das ist... Also das ist jetzt wieder abartig, ne? Jetzt lassen die dich vor dem Boss wieder kämpfen, dass du ja beim Boss schon geschwächt ankommst. Das wird jetzt welches Licht ausmachen, oder? Wo ist denn eigentlich dieser Große da runter gesprungen? Ach, da hinten ist der. Lol, okay. Hätte ich da... Da hinten ist der. Da muss ich da schleichen jedes Mal. Jaaa... Kein Speichern voraus. Hm. Okay. Jaaa... Kein Speichern voraus. Ich kann ihm nicht entgegenschlagen. Ich muss warten, bis... Bis er... Irgendwas macht. Komm... Jaaa... Der halt den, glaub ich, der andere. Ich komm nicht... Ich komm nicht zum Schlagen, oder? Hallo, Kamera. Säule, Kamera. Hallo. Mann, 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 diese Kamera immer. Die Asche ist mir egal, Dustin. Also, die Asche ist mir wurscht. Ich muss den Heiler zuerst killen, dann schätze ich mal den anderen. Mich stört halt nur wieder der Weg. Mich stört halt nur wieder der Weg. Dass sie dich hier wirklich laufen lassen, wieder. Weißt du? Hm. Hm. Ich komm nicht weg. Hallo, Ecke, Kamera... Pssst, also... Manchmal ist das Spiel schon ein Hundesohn, ey. Das ist ja schlimmer als vorher. Also, manchmal pisst es mich an. Ich bin jetzt gerollt und dann war die Kamera wieder in der Ecke, dann hat sie es gedreht. Ich weiß nicht genau, was das soll mit dem Ding. Also... Ich hab gar niemanden mehr an, wie sie es gehabt. Ich wollte einfach nur da weiter rollen. Ich hab gar nicht gehen. Ich hab gar nicht geflossen. Aber jetzt ist es schon da. Ich hab gar nicht geflossen. Ich glaube, dass ich mit dem Ding zu erfordern habe. Dann verschule ich ab. Pissst, oder? Und die Müddehnung. Uff, Alter, uff, jetzt muss ich, oh Gottes Willen, das Spiel wird immer nerviger. Es waren so schöne Bosse zwischendrin, Dustin. Hat so Spaß gemacht, deutschen Dings da zu schaum und alles und jetzt ist schon der Weg da nerviger als der Boss, der Boss, also hat immer Spaß gemacht hier, schon wieder, warum gönnen die denn nicht mehr mit dem Speichelpunkt davor oder irgendwie was, warum gönnen die denn nicht mehr, was ist das, warum gönnen die denn nicht mehr, warum gönnen die denn nicht da sind ja noch dumm im Kreis laufen hier, weil ich da sonst runterfalle hier. Ich glaube, ich muss mit Schild hier anfangen, ich muss erst mal gucken hier. Boah, das kannst du ja nicht, Alter. So. 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 Der andere so auf mir drauf ist, ey. Krass, Mann. Ich will das noch mal ohne Schild. Komm, der da mal dazu, mein... Also das ist... Wie schnell ist denn der, Mann? Boah. Boah. Alter, lass mich doch mal ausweichen. Einmal, please. Motherfucker, ey. Kamera. Bastard, ey. Kamera, hallo, komm. Also das ist ja da, ey. Reicht nur mit euch. Reicht nur mit euch. Reicht nur mit euch. Allein oder was? Was denn das? Jedes Mal zu zweit jetzt. Muss mal kurz... Ne, nicht. Haben sie doch nicht notwendig. So. Nächster Boston. Oh. 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 Okay. Oh. 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 versuchen ich habe erst gedacht er wird geheilt wird aber gar nicht nur so ein bisschen schadensreduzierung vielleicht so aus wie so ein so ein disti schild oder so ich finde es doch nur ein bisschen doof dass sie jetzt mit 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 zwei kommen aber gut hat ja geklappt hat ja geklappt was habe ich das bekommen draus habe ich vergessen irgendein was habe ich da bekommen irgendwas wichtiges oder nur so als spaß jetzt so was haben wir denn hier schönes noch irgendwelche ruinen parfümerie ruinen hallo jo da geht es nach unten ja na klar dreh dich halt um mensch kamera dd ich also manchmal also ich weiß nicht wie oft ich die kamera verfluche ich wollte nach hinten roll mich umdrehen ging einfach nicht noch ein talisman oder was